Ja, super, dann geht es jetzt mal ab ins Sanatorium. Oh, oh. Ernsthaft? Sind es ja noch Wölfe am Start? Oh, Dicca, nee. Oh, wie krass. Oh, was zum... Zum Glück. Sag mal nicht, wir müssen uns jetzt hier den Weg durchschlagen. Übersuch bitte nicht, ey. Es gibt so Dinge, auf die habe ich so überhaupt keine Lust, aber dass der Typ uns noch nicht gehört oder gesehen hat. Sieh mal an. The Blackwood Pine Sanatorium öffnet 1922. Man Sana Incorporate. Corporal Sano. Krass. Ich meine, ich stehe auch so auf Lost Places und so. Also, aber ich würde jetzt nicht so im Dunkeln rumlaufen, wenn... Ist da hinten irgendjemand? Ja. Ja, ich würde da hinten auf jeden Fall nicht im Dunkeln rumlaufen. Vor allem nicht, wenn ich jemanden verfolge. Ohne Fotoapparat. Hier war jetzt eine kaputte Kamera. Also, so ein Sanatorium würde ich schon besuchen, aber wie gesagt, eben nur im Hellen und auch nicht alleine und auch nicht, wenn ich wüsste, da drin ist jetzt noch jemand, der meine Freundin... Oh, oh, auf dem Gewissen hat. Was haben wir hier für einen Hinweis? So, 6.01.1952 Nummer 2 für den medizinischen Bericht Bergarbeiter. Behandelnde Arzt Dr. N.H.F. Bone. Medizinischer Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Anschluss der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrend. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notration in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung? Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für die Gruppenmitglieder nach der 23. Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Minebehandlung, aufgrund der labilen Verfassung einiger Patienten haben wir in Flügel Aders Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Steptomycin. Die restlichen Patienten stehen rund um die unterstrickter Beobachter und unterzeichnen Dr. Nikolaus Henry Faules Bone. Ja. Toll. Oh ne, jetzt muss ich in den dunklen Keller oder was? Der läuft da rum, als wenn da nix wär. Oh nein. Da liegt sein Messer. Das hat er doch in der Hand. Mal. Oh scheiße. Krass. Nimm das mit, Kollege. Lass es in der Hand. Bitte. Da sieht das krass aus. Was zur Hölle. Ne Hand. Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Oh nein. Aber nicht. Wir werden Pfeile öffnen. Jetzt kommt er auch noch mit dem zum Wolf. Ich will ihn amputieren. Nein, 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 nein. Aua. Oh Gott. Ich habe Gänsehaut. Ich bin am ganzen Körper am Zittern. Ach du Scheiße. Schmetterlingseffektaktualisierung. Wo ist jetzt dieser Wolf? Ich habe tierische Angst gerade. Da ist Chapelle. Uaah. Hey, na das wird ja hier immer besser. Hinweis entdeckt. Setzt einmal Schädel. Das hört sich so an, als wenn das von links da irgendwo käme. So, das sind offene Türen. Nein, 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 nein. Der will doch jetzt nicht wirklich da so eine Leiche rausholen. Alter, oh ja, hier ein Zähl. Scheiße, ist das krank? Das ist wirklich krank. Wirklich krank. Aber richtig. Uuuh. Äh. Mir wird schlecht. Oh, damit können wir glaube ich die Tür öffnen. Hier sind aber noch viele andere Sachen. Oh, bitte nicht. Noch, noch eine Leiche. Aber da liegt ein Zettel. Alter, was macht der denn hier? Der komische. Name der verstorbenen Person. Ach, da muss ich das ja hier halten. Genau, also wir nehmen auf jeden Fall mal hier. Name der verstorbenen Person. Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 19. gekümmert. Und zuletzt am 24. Februar 19. gesehen habe. Todesursache schwierig. Fleischwunden am Unterleib. Intraabdominale Verletzung. Hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch extreme Ursachen herbeigeführt wurde. Gewalt bitte das folgende ausführen. Unfall, Selbstmord oder Mord. Mord. Art der Verletzung. Fleischwunde durch scharfes Werkzeug. Womöglich Fingernägel. Ach du Kacke. Zusätzliche Anmerkung bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausführen. Gezeichnet Dr. N. Bone. Adresse Blackwood Sanatorium. So, steht hier hinten. Die zusätzliche Anmerkung gleiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedämonieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Alter, was haben wir hier mit dem Psychopathen zu tun? Das geht oft keine Kuhhaut mehr. So, machen wir mal den nächsten hier auf. Gucken, was uns hier erwartet. Hoffentlich was Erfreulicheres. Das ist leer. Ne, da liegt auch was. Und zwar liegt da... Medizinisches Notfalletikett. Name Nicholas Bone. Etikett 24 Februar. Beschreibung Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunde am Hals. Okay. Alter, hier haben wir den krankesten Psychopathen, den ich je gesehen habe. Am Start. Jetzt haben wir hier diese Chapel Tür. Und können die Tür öffnen. Boah, also in die Kapelle ist ja letztes... Also zuletzt auch der eine Typ da reingegangen. Hat so ein bisschen was von Beelitzer Heilstätten? Hier ist das eine Koffertikete. Und dann kamen. Und dann kamen. Und dann kamen. Vielen Dank.